ich muss gerade gucken ob die aufnahme auch läuft willkommen liebe clasher zu einer weiteren folge letztes clash of clans mit mir dem torsten auf dem dorf ja ich bin heute auf meinem rathaus zwölf ihr seht im moment relativ wenig von meinem rathaus zwölfer das liegt wahrscheinlich daran dass ich halt nicht mehr so viel zu tun haben könnte oder so ich weiß nicht genau wie es ausdrücken soll ich weiß nämlich nicht was was soll ich machen was kann man mit so einem account noch machen man kann natürlich in die legende gehen allerdings also jetzt mit dem hauptdorf hier man kann allerdings man kann in die legende gehen ja aber ich habe mir jetzt auch schon sagen lassen bei uns sind ja einige in der legende ich wundere mich auch wir tummeln uns sogar unter den letzten oder unter den ersten hundert glaube ich in de das liegt natürlich an dieser push geschichte aber einige sind auch mit ihren achten angriffen nicht ganz ganz optimal zufrieden und bei mir hier in der titan liga da geht es glaube ich noch da hat man hier noch irgendwo so bis hier unten hin 100 aber ich glaube bei titan ist das ist das schon längst nicht mehr so dass du hier 100 stück bei dir in der liga hast und man ist natürlich ein bisschen mauer und dann nur die acht angriffe ich meine ich komme ja noch nicht mal auf einen angriff pro tag und ihr seht das hier angriff lockt das war weggeschmissen das muss die musste ich wegschmeißen vor meinem letzten ck angriff deswegen minus 30 eben rein gefahren ist aber auch nicht so schlimm also irgendwas muss ich jetzt mit diesem dorf hier machen ich kann natürlich weiter den pass spielen gar keine frage und aber auch das bis auf spenden habe ich heute noch nichts gemacht naja ok mehr recht als schlecht ich weiß es wirklich nicht oder aber wir können natürlich auch ins dunkeldorf gehen und können mal versuchen bester spieler der welt zu werden oder so weiß ich auch nicht oder aber ich pränke die schokotorte der fühlt sich immer geschmeichelt wenn ich nur das eine teil abbaue oder den anderen stumpf dann auch pro tag dann fühlt er sich immer getriggert hat er geschrieben weil ich alles andere hier irgendwie so stehen lassen ein bisschen ist natürlich auch gebaut aber man kann natürlich nur auch man kann hier noch so coole sachen machen im nachtdorf wir können nämlich hier das ding hier mal bewegen mit einer schaufel wir hauen mal hier eine schaufel in den sack und zwar hatte ich gedacht wir bauen hier mal einen schönen weg hier wir bauen hier mal hier oben mal so einen schönen weg so dass der bauarbeiter hier immer immer den weg auf jeden fall beleuchtet bekommt ich glaube das ist das ganz schick die beiden sind ja gekauft hier da können wir noch ein bisschen steine machen und so aber gucken dann machen wir das wir machen mal das nachtdorf hübsch das fühlt mich aber auch nicht wirklich aus das fühlt mich nicht wirklich aus und und dieses nachtdorf hier das hätte mich gestern auch schon mir schon schon fast wieder mal wieder mobiles device gekostet denn ich war schon wieder drauf und dran mein handy weg zu schmeißen ja ganz so schlimm nicht aber ich habe mich schon mal wieder fürchterlich aufgeregt hier über über das nachtdorf jetzt nicht weil ich hier schon wieder in so viele bomben rein pflege sondern die beiden will ich mal noch ein bisschen bisschen später setzen sondern weil es natürlich häufig sehr sehr eng ist hier und ich jetzt auch nicht so der ultra strategie bin was das nachtdorf angeht ja ihr seht das ja hier spam 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 hoffentlich geht es gut oder so das ist ja so ein bisschen so hier die die masche die ich hier so an tag lege ihr vielleicht auch weiß ich nicht ob ihr da genauso seid irgendwas machen oder ob er da taktisch hervorgeht aber ich gehe das ist so das bauchgefühl wir bekommen irgendwie so richtung rathaus allerdings kommt jetzt auch schon die tonne da und die ersten doppelkanonen ach komm einschlag auf das ding hier auf die meisterhütte schaffen wir das noch hier auch schaffen wir noch okay aber 64 prozent das ist wenig und jetzt will er auf die tonne gehen wenn die meisterhütte dann erstmal auf die tonne geht also auf das flugfass hier dann ist sowieso vorbei weil das ding hat echt viele trefferpunkte auf stufe 9 und dann schaffe ich die meistens nicht aber 74 ist ja mal ganz stabil auch hier bin ich immer noch glaube ich im spiel drin die will ich mir auf jeden fall holen die schöne rune hier 572 ein bisschen habe ich ja noch und aber dann habe ich hier immerhin mal schon wieder eingemacht 41 belohnung können wir uns holen und was mir auch gefallen ist diesmal geht die die leiste hier bis 2900 vorher ging sie glaube ich immer nur bis 2600 und dann hat man den skin ich nehme an das hat man so eingebaut weil es den skin ja jetzt schon ganz zu anfang gab und deswegen geht es hier mal nach 29 hoch auch hier nicht gewonnen 100 prozent lasst der mich ab alter wie machen die das ist mein doch so scheiße ich kann das manchmal echt nicht glauben guckt euch das an hier zack zack vier pecker die gehen irgendwo hin und ein paar kanönchen ist unglaublich okay die sprungfalle müsste ich da mal umbauen darf da fest ist den pecker dann doch er in die base rein anstatt da gestört wird aber wie machen die das ich meine der hat jetzt auch nur nichts anderes gemacht hat einfach alle truppen rausgehauen und nach mir die sinnflut und trotzdem wird das dann hier was ich kriege immer die krise echt das sind so die momente wo ich dann eigentlich sage vor fluch vor fluch verflucht und er hat noch er hat noch drei maschinen kampf kampf level an der maschine zu machen da geht er hier eben also durch aber ja vielleicht sollte ich dann doch mal eine andere base haben oder so die kassiert ja doch recht häufig ich weiß ich will jetzt nicht sagen ja die ist die ist ja längst noch nicht max aber na ja trotzdem so kannst du auch nicht sagen oder na ja mal 4.062 war schon auf 4 auf 4 5 war schon fast hoch nicht auf 4 5 sondern knapp an meinem besten ich glaube ich war auf 4 405 pokale und dann hat das sie wieder nachgelassen das könnt ihr hier im log sehen also ich bin ganz ganz transparent nach niederlage niederlage da haben wir gewonnen okay aber dann war es dann war es das auch ich kassiere hier also schon ganz ganz nett und also im moment überwiegen leider die niederlagen hier als die gewinne aber ist nicht so schlimm wir haben immerhin was geschafft hier wir haben die leuchtende laterne umgesetzt und wir haben ja einmal immerhin einmal so ein paar gems dazu bekommen hier soll es aber auch ein bisschen weiter geht ich muss ja wenigstens mein tages angriff machen aber auch hier muss ich sagen wo man ja die legend lupe nett abgeschafft hat in titan ist immer noch da zwar jetzt noch nicht so ultra lange also ich denke mal hier auf 2 auf titan 2 da geht das noch aber es dauert mir persönlich mir persönlich dort ein bisschen zu lange weil ich so nicht mehr gewohnt bin meine lehrer lupe zu haben als vielleicht zwei kreise und dann sofort gegner wo ich also in den unteren regionen war so um meister champion da geht das alles ratzifatzi und ich muss ja nichts fahren ich mache jetzt mein tages angriff und dann übe ich ein bisschen mit meinen vielleicht vermeintlichen ck truppen aber ihr seht das ja hier das dauert hat echt lange gedauert meine herren das dauert echt lange und ich habe aber eigentlich habe ich gar nicht ich habe eigentlich gar nicht die die richtige armee dabei um hier überhaupt so ein gegner hier zu machen aber mal gucken ob wir nicht irgendwie bis zum rathaus kommen oh ja ja queen muss weg ok wie will check sie es wir checken das mal mal sehen ob die nicht hier jetzt gerade ein bisschen viel feuer kriegt aber es geht noch ok was was bist du denn da für einer alter geht ja gar nicht das geht gar nicht der darf auf gar keinen fall feuern macht er auch nicht die gegnerische queen geht jetzt hoffentlich flöten jawohl die geht noch flöten da kommen aber alter das ist ja heftig verteidigt die acht kommen und lassen meine heiler da meine ruhe ok heiler schon mal in ruhe gelassen und dann geht es hier in jedem fall war ja auch meine queen verloren ja queen verloren nix gut nicht gut die queen verloren aber wir haben hier ja noch unseren tatkräftigen dicken schauen wir mal ich habe einen sprung dabei ja tolle wurst ach das kann ich knicken naja den kampf von eben habe ich nicht abgebrochen aber das ist das kann ja sowas kann ich euch ja nicht das kann ich euch gar nicht zumuten gottes will man 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 naja dann probieren was halt anders nehmen wir den rathaus 11 hier mit mit ein stern zwei sterne ich habe eben die ganze zeit überlegt warum warum habe ich eigentlich warum habe ich eigentlich eben wo geht die queen warum habe ich eigentlich eben diese luftruppe gebaut jetzt jetzt weiß ich es wieder ich weiß es wieder ich weiß es wieder und warum habe ich keine mauerwehr dabei das weiß ich wieder nicht aber ja das ist egal dann machen wir hier mal ein bisschen weiter habe die immer so komisch hüpfen ich weiß warum ich die die luftruppe dabei hatte weil es ja im moment so ein so ein event gibt hier eins zwei drei hier gehen wir mal rein hier springen wir rein bzw gehen wir mal so ein bisschen weiter rein mit unseren truppen ja die können jetzt die können jetzt erstmal rumlaufen das ist nicht so schlimm das ist nicht so schlimm den schlimmer hier den setzen wir mal ein bisschen später glaube ich die queen geht da über eine mauer mal aber ich wir bleiben erstmal locker und gucken mal wo wir die truppen hier rüber springen lassen können ich denke mal da sind so die fences da ist das ganz ist das vielleicht ganz gut aufgehoben die queen fühlt sich immer noch nicht verantwortlich für die gegnerische queen jetzt endlich erst okay jetzt endlich fühlt sie sich auch da mal verantwortlich und da ist mir noch ein bisschen zu viel slammer hier doch mal meine queen hat den sprung genommen meine queen hat den sprung genommen perfekt meine queen hat hier den sprung genommen bekommt aber jetzt glaube ich ein bisschen zu viel beschuss und dann nehmen wir jetzt mal den slammer hier noch mit mit zusätzlich rein ich meine wenn ich jetzt ein paar pokale machen muss man muss ja auch mal ein bisschen gewinnen so ohne so ohne läuft es ja nicht aber der single inferno brutzelt mir doch nicht meine queen weg da sind allerdings jetzt frestgelette die müde machen und der feger jetzt jetzt der feger weg alles klar ja mein gott geht ja doch aber das eben auf den zwölfer ging ja gar nicht da habe ich auch wirklich die erste base angegriffen die sich mir gerade so in den weg klar oder die die ich gerade so treffen konnte und ich habe den angriff aber noch gewonnen ich habe den angriff noch gewonnen denn es gibt noch ein erfolg hier habe ich jetzt auch eben gesehen als ich da so ein bisschen herum geschlittert bin ich habe jetzt aber auch wieder die luftruppe am start das ist aber nicht so schlimm mit der üben war einfach ein bisschen mit der üben war einfach ein bisschen zauber passt so spenden kann ich ab und zu auch mal zwei drachen schnelle spende nehmen wir da mal 12 so kaka alles klar da krieg wenigstens so ein bisschen was auf mein spendkonto also ich muss hier vier angriffe am stück gewinnen ich weiß ich habe das noch nicht gemacht weil ich halt auch so wenig angegriffen habe und ein paar zauber nehmen das hier ist im dunkeldorf aber habe ich jetzt eben doch einmal gewonnen war naja okay dann geht das hier wenigstens ein bisschen weiter sechs von sieben haben wir das heute schon gemacht alle das kann man abschließen heute das kann man abschließen das machen wir auch das machen wir auch kurzer reck hier für den king und dann machen wir hier noch einen angriff arten können wir brücken den können wir brücken nicht im laufenden zeka sondern im letzten zeka auch da hapert es bei mir muss ich sagen habe es bei mir ich habe ich habe schiss ich muss sagen ich habe ich habe immer schiss zu verkacken ich habe schiss zu verkacken hier oder dass mir die leitung weg bricht oder das weil es lang kann es nicht mehr sein ich habe das film war ja ausgemacht und meinem tablet jetzt abgewöhnt sich in dem untersten weil es lan mal ab ab und zu einzubuchen und habe tatsächlich 88 prozent geschafft dafür dass ich nicht über meine ich ist es gar nicht mal so schlecht gewesen also ich bin wirklich ein ganz ganz mauer über ich muss viel viel mehr üben aber dafür ist es gar nicht mal so schlecht geworden es lief natürlich nicht so wie ich gedacht habe läuft nie also ich habe ich habe geplant ja ich habe ein bisschen geplant aber es lief natürlich nicht so richtig nach plan aber ich habe beste dann raus gemacht und denn ich muss gerade mal gucken was da eigentlich quer lief ich da meine queen schon so quer meine queen ist glaube ich noch auf einem ganz guten wege zudem ich habe immer eine walküre dabei gerade wenn so ein king auf dich zustimmt allerdings wollte die walküre was anderes machen dadurch war aber der king erstmal kurz mal abgelenkt und die queen konnte ihnen die ganze zeit in den rücken schießen was ja jetzt auch nicht so schlecht ist aber das lager musste jetzt weg um ich wollte die queen eigentlich noch noch weiter nach nach da schicken richtung des bogenschützenturms da geht ihr aber nicht hin der andere bogenschützenturm war etwas näher also die queen hier noch mal in wut genommen und die hexen musste auf jeden fall sterben der ice goalie das ist alles jetzt nicht so schlimm der ice goalie hat er gar nicht gefrostet er glaube ich so gut wie nicht gefrostet aber das war schon mal die clanburg also jetzt mit den hauptruppen dann hier entgegen des rathaus weil das rathaus wollte ja meine queen ums verrecken nicht machen die hatte da überhaupt kein bock drauf deswegen habe ich dann meinen den rest der meute hier rein geschickt also mit den king und habe auch den habe auch den worden wieder viel zu spät ist gezündet denn da waren noch ein paar bowler dabei und meine pecker haben da auch heftig was abbekommen ich habe dann gesehen die schaffen gar nicht gar keinen zweiten sprung mehr in der mitte vielleicht ist es doch noch ein bisschen weiter geschafft aber ich habe dann da den den nächsten sprung gesetzt noch für die queen dass sie noch ein bisschen weiter rein geht und mir noch ein paar prozente holt das war dann auch so das war glaube ich gut gedacht ich denke mir nicht den zweiten sprung noch noch gesetzt hätte für die pecker hier die das hätten ja auch nicht mehr gepackt die werden nicht mehr weiter gekommen und meine queen ist hier in der mitte noch ein bisschen weiter gekommen also irgendwie haben wir gerettet haben wir irgendwie gerettet und da noch mal heftige luft fallen da okay aber der laki hat noch mal ein bisschen was von meinen eilern abgehalten und so wurden das ja 88 prozent gar nicht mal wie gesagt gar nicht mal so schlecht gewesen dafür jemanden der nicht übt aber trotzdem habe ich immer ein bisschen bamme müsste ich eigentlich gar nicht haben wenn ich ein bisschen mehr üben würde ein bisschen mehr den account hier bespielen würde glaube ich dann müsste ich das nicht unbedingt haben aber 61 60 haben wir gewonnen also auch ultra ultra knapp der gegner war gut auf augenhöhe war gut mit dabei und aber ich glaube wir haben ein 1 3 hier unten irgendwo mehr gemacht auf 15 gucke mal was sie hier bei uns offen gelassen haben ja aber ich glaube 88 prozent ich glaube prozentual haben aber ganz gut zugeschlagen 89 prozent wäre ganz ganz eng gewesen also wäre ganz ganz eng gewesen wir gehen noch mal in die suche rein der king ist sofort ready hier dann schmeißen wir die drei mal eben ein dann können wir noch mal einen angriff machen kurzer cut ok kurzer cut war gut ich hatte ich hatte natürlich keine klan book dabei warum auch und ja ich muss hier ein bisschen besser fahren glaube ich nehme mal eine karre jeder dazu und ein laki wir fangen hinten mal mit dem lakain an und da auch mit dem laki dann habe ich schon mal zwei prozent hier im sack wo können wir denn jetzt gut fahren ich kann mir vorstellen dass wir hier ganz gut fahren können genau davor naja das machen wir auch so man kann ja schon mal ein bisschen was weg machen hier der der kollege und dann fahren wir mal ich glaube hier auf der ecke auf der ecke fahren wir mal mit unserem mit unserer karre rein queen nehmen wir auch gleich mit dahinter und unsere heiler so zwei bowler damit zu dann haben wir das rato schon mal aktiviert das ist nicht so schlimm aber wir können dann auch hier irgendwo springen wir gucken mal ich weiß dass ich da jetzt am rathaus natürlich keinen worten oder sowas habe das ist aber nicht so schlimm das passt schon so und dann kann ich die ganze meute hier noch mal in wut bringen bzw die heiler sollten eigentlich gut rein aber das ist nicht so schlimm da haben wir noch ein bisschen da geht der pecker noch gut okay der pecker geht noch gut rum und dann kann ich allerdings jetzt schon ich glaube wir nehmen mal dieses passing hier ich glaube wir nehmen mal das passing so ach jetzt leute fehler 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 und wieder ein fehler gemacht der tote macht einen fehler nach dem nächsten hier das ist aber nicht so schlimm wir haben das rathaus das heißt wir haben ja schon mal gewonnen ist ja schon mal die halbe miete und da 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 hier geht noch ein bisschen was kommen kommt einmal noch in gut und dann können wir hier hinten da war schon ein paar welten am start können wir hier noch ein bisschen was abräumen die anderen truppen da muss ich gerade noch ein bisschen mit warten ah die luft abwehr da die luft abwehr wird ziemlich ziemlich schlecht ein noch da ein da ein da und das war es dann auch das schaffen die loons oder schaffen die nicht dadurch der worten hat mit geholfen alles klar danke du party worten du gerade noch so gepackt okay da haben wir mal zwölfer gepackt ich meine ich jetzt hätte ich wollte jetzt gerade sagen der war nicht so schwer ich habe nicht nachgezählt für den jeden der immer guckt wenn ich sage boah das war eine max out base dann sagt er mir der war aber eine bauhütte noch nicht ganz max dass das will ich vermeiden der deck das war ein rathaus zwölf habt er gesehen und dann kommen wir hier in jedem fall weiter die alzauber muss ich hier machen deswegen habe ich diese truppe am start die alzauber muss machen 33 angriffe immerhin schon mal gewonnen den vierten haue ich jetzt heute auch noch ein aber dennoch gar nicht mal so schlecht also ein bisschen ein bisschen mehr passen der loons war nicht schlecht und der wort hat sogar überlebt auf boden geil der fort nach sogar auf boden überlebt den habe ich vergessen umzustellen mann 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 du ein bock nach dem nächsten was hatte ich jetzt eben die truppe habe ich da nehme ich eigentlich dann immer einen zeit zum aufhören ich muss sagen ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen von mir hier also was machen wir können wir gerne mal unten in die kommentare reinschreiben was ihr so für mich hättet legende oder wieder runter ein bisschen bisschen def ein bisschen trollen nachdorf ganz noch ganz normal klar die klarkriege gibt es natürlich auch noch und es gibt immer wieder nette und coole angriffe hier jetzt schreibt mal bitte denjenigen der reinschreibt bauern der war keine basis bauen also bis dahin hoher toto clasht